Karneval hat eine lange Geschichte und schreibt lustige Geschichten. Es wird getanzt, gefeiert und im Schutze der Maske auch gerne geflirtet. Und das, obwohl oder gerade weil das Faschingfeiern im Grunde zum katholischen Brauchtum gehört. Eng verbunden mit der sich anschließenden Fastenzeit. Nicht umsonst kommt das Wort Karneval von Karnevale. Fleisch leb wohl. Im schwäbischen Ziemetshausen ist Prelat Wilhelm Imkamp Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild und hat als gebürtiger Rheinländer eine ganz klare Meinung zum Karneval. Wir dürfen als Katholiken Fasching feiern, denn Fasching und Karneval sind in der katholischen Kirche erfunden worden. Sind typisch katholische Feste der Erschöpfungsfreude, Freude vor dem großen Verzicht, dem 40-tägigen Verzicht. Also Fasching und Karneval, das sollte man schon sich nicht entgehen lassen. Da sollte man mitmachen, das ist richtig katholisch. Inwiefern gehört das zusammen, Fasching und Fastenzeit? Im Fasching können wir uns austoben, können wir zeigen, dass die Schöpfung etwas Gutes ist, dass wir uns an der Schöpfung freuen, an den geschaffenen Dingen, an der Schönheit freuen können. Und in der Fastenzeit verzichten wir auf wertvolle, schöne Dinge, nicht auf Sachen, die sowieso mies sind. Deswegen ist gerade das Zusammenspiel von Fasching und Fastenzeit zeigt die Dialektik und die Weite des katholischen Christentums. Mich würde interessieren, wann hört bei Ihnen das Faschingfeiern auf? Wann sagen Sie so nicht? Ich muss ein bisschen an die Nonnenkostüme zu Fasching denken, an die Mönchskostüme. Gegen die Mönchs- und Nonnenkostüme bei Faschingsumzügen und im Straßenfasching habe ich mich einmal sehr intensiv auch in den Medien ausgesprochen. Hier werden religiöse Gefühle beleidigt. Es ist absolut untragbar, dass auch unter dem Vorwand von Fasching religiöse Gefühle von Menschen verletzt werden. Egal welcher Religion. Auch wenn ein Faschingsprinz oder ein Faschingsclown sich als Rabbi oder evangelischer Pfarrer verkleiden würde, würde das ganz genauso sein. Die Religion hat außen vorzubleiben, was einen Witz über den Pfarrer natürlich nicht ausschließt. Doch seit Aschermittwoch hat das lustige Treiben wieder ein Ende. Jetzt beginnt mit der Fastenzeit eine Zeit der Enthaltsamkeit, des Verzichts und auch der inneren Einkehr. Ich finde es schon zeitgemäß und ich probiere es auch mit etwas weniger Süßigkeiten. Jeder will dünn werden oder bleiben oder schlank werden, soll es dazu benutzen. Und ich denke mir, er soll auf das verzichten, was ihm am meisten schwerfällt. Wenn man immer alles hat, dann ist es immer weniger wert. Und ich persönlich versuche jetzt mal weniger Süßigkeiten zu essen. Es tut ihm Körbe gut und ich muss fasten. Die Fastenzeit hat eigentlich inzwischen einen anderen Namen, nämlich vorösterliche Bußzeit. Da ist schon die Antwort drin. Es geht um die Vorbereitung auf Ostern und es geht um Buße. Wer nämlich denkt, er hätte Buße nicht nötig, der sollte schleunigst bei sich selbst eingehalten, sich schaudernd abwenden und den nächsten Beikstuhl aufsuchen. Ich habe das Gefühl, dass die vorösterliche Bußzeit, wie Sie sagen, oder auch Fastenzeit so ein bisschen Lifestyle wird. Viele Menschen nutzen diese Zeit, um Heilfasten zu begehen, um abzunehmen oder in Exerzitien zu gehen. Das wird so ein bisschen in. Was sagen Sie dazu? Wie stehen Sie dazu? Ich freue mich, wenn die Fastenzeit in wird und zum Lifestyle wird. Zum katholischen Lifestyle hat es immer gehört. Aber, um es ganz deutlich zu sagen, wer die Fastenzeit daraufhin anlegt, abzunehmen, der hat seinen Lohn schon erhalten. Habend, Mercedem, Suam. Sie haben Ihren Lohn schon erhalten. Im Evangelium heißt es ja, wenn man fastet, soll man sich das nicht anmerken lassen. Man soll sich die Haare perfekt herrichten, man soll sogar zu Kosmetika greifen, um ja nicht den Eindruck zu erwecken, dass man also besonders fromm und energisch fastet. Zur Tugend des Fastens gehört auch die Tugend der Diskretion. Wer abnehmen möchte, soll das gerne tun, es nur bitte nicht religiös überhöhen. Wie sollte ein Christ die Fastenzeit begehen? In Vorfreude auf Ostern und im Bewusstsein, dass er selbst Erlösung und Buße nötig hat. Es muss eine Zeit sein, auch der Selbstreflexion. In der Fastenzeit sollte man sich der eigenen Grenzen bewusst werden, um die dann auch im Beichtstuhl oder im Beichtgespräch zu verarbeiten. Die eigenen Grenzen wieder erspüren, dafür ist jetzt die Zeit. 40 Tage sind dafür wahrscheinlich genau richtig.